ok lauf mal vor ich lauf dir mein der hier schon wieder leute baller ja ich auch von links oder so schießen ja voll misst sind eigentlich vor uns scheiße und meinungslager auch noch hat er die sich wenn ich sehe nix jawohl du hast sie erwischt alter halb blind sage ich dir ja hier ein grün starr habe ich gerade bekommen da kommt ein köter ich wollte die sagt mit die drüben auf dem dach ich blute so ging es mir letzt mal auch nur dass ich es nicht gemerkt habe so warte mal ich muss mal mach mal die köter platt ob ich hier die mutter schlisten endlich vor die munitionsverschwendung nur bevor sich köter kommen ich bin danke danke denn ist noch einer noch eine vor dem blut ist sie jetzt platt oder kommt er noch angelaufen mit keine ahnung der ist noch irgendwo hier weiß ok jetzt ist er plan ok dann setze ich mir mal wieder hier so eine hiv spritze da haben sie aber was gesprengte ja das war ich ach du ok ich bin ja und schlumpf gleich wieder durchs dach gefallen ist denn dieses ding ach da heute kommen gleich zu zweit und fragen ob ich probleme habe man 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 wenn die wegs liedchen singen würden irgendwelche hier gibt es bestimmt gute sachen drin ja oh boah ich jetzt geklingelt ja so ich glaube das war oben oben auf dem boden hier draußen ah ok glaube ich ja hier ist es super ist hier noch irgendwo munition oder noch ich weiß nicht auf jeden fall bräuchte ich auch bald ja hier ist munitions gesichert mal eine genommen hier ist also ich gucke mal ob hier noch eine ist ich brauche trotzdem obwohl ich munition eingesammelt habe nur sieben schuss ja das ist echt nicht viel ne ist echt ziemlich rar gesät hier das munition angeht wird wieder richtig geballert ganz nah kann das sein hier links ich gucke mal auf dem dach ob ich da was sehe ob sie die sehe mich nicht jetzt ist auf dem dach ist man natürlich gut sich das stimmt ja er scheint nichts mehr abzugehen nö oh doch wo waren die für explosion oder hinten rechts irgendwo aber ich sehe kein bindungsfeuer ok ist ja auch hell ne so ich komme mal runter na da hinten ist auf jeden fall wieder so ein ist das hinweis ja genau ich sage ja mal rätsel aber bis ich das mir ja mal irgendwann gemerkt habe dass ein hinweis ist das war es nicht du oder nee das ist aber schon sehr nah jetzt hier und da holzverarbeitung heute machen sie in klamotten ich sehe an wo vor mir genau der läuft jetzt rechts rüber habe ich nicht oder der läuft immer noch ich sehe ihn nicht das auf geradeaus jetzt hier zwischen den bäumen geradeaus der müsste da hinten laufen hier war eben hier rechts getötet von camper von der heißt camper das nenne ich mal alter denn zwei weiber einmal rechts und einmal links alter wow zwei pocahontas ja danke